Frohe Weihnachten, Klara. Harten Onkel. Dein Geschenk dieses Jahr wirst du niemals vergessen. Die wenigsten Menschen wissen, dass es mitten in unserer Welt verschiedene Reiche gibt. Und du besitzt den Schlüssel zu ihren Geheimnissen. Denkt daran, Klara. Nichts ist, wie es scheint. Wo bin ich? In den vier Reichen, Prinzessin Klara. Prinzessin? Zu euren Diensten, Majestät. Willkommen in unserer Welt. Das Schneeflockenland. Das Blumenland. Und das Naschwerkland. Doch Reich Nummer vier ist das Land, in dem unser Leid begann. Mutter Ingwer hat diesen Krieg begonnen. Weißt du nicht, dass es hier gefährlich ist? Ich hoffe, du wirst ihn beenden. Bereit? Los! Sie formiert ihre Truppen. Du bist die Einzige, die sie aufhalten kann. Ich habe dich erwartet. Es ist Zeit. Der Nussknacker und die vier Reiche. Ich habe dich erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020